So, ein neues Spiel im Trend. Let's play Brickforce. Und die Map, die ich gewählt habe in diesem Teamkampf mit meiner Waffe, der Hornet, heißt Nuketown, ausgegebenem Anlass. Denn jetzt kam ja Black Ops 2 raus und Nuketown ist eine Black Ops Map. Ich spiele zwar kein Call of Duty, aber kenne mich doch ein bisschen aus, weil ich sehr oft auch verschiedene Commentaries von anderen YouTubern anschaue. Und da kommt einem auch der eine oder andere Map-Name mal unter. Gehst du mir aus den Augen? Und deshalb dachte ich mir, okay, Black Ops 2 ist rausgekommen. Schauen wir uns mal die Map Nuketown nochmal genauer an. Passt ja irgendwie. Oh, es würde zwar auch jetzt hier Winter und alles passen. Habe ich auch schon ein paar Maps runtergeladen. Und Weltraum. Ja, einfach mal Nuketown. Ich habe noch ein paar andere Black Ops Maps gesucht. Leider nicht so wirklich das Gelbe vom Ei gefunden. Ja, aber das kann ja noch kommen. Ey, wieso fehlt da was? Ich kann zwar nicht sagen, wie detailgetreu diese Map ist, weil ich, wie gesagt, noch nie selbst im Spiel in Nuketown gestanden bin. Oh, lass mich da rein. Hier kann man gut verschnaufen. Hier kann man gut sich verstecken und nicht gefunden werden. Also wenn es mal den Modus gibt, suchen und verstecken. Ah, ist hier auf jeden Fall der richtige Ort dafür. Wo ist der hin? Hier ist er. Oh mein Gott, jetzt laufen wir die ganze Zeit im Kreis herum. Und er ist schon, ist er schon tot? Oh, ich sollte mal nachladen. Ich sollte mal nachladen. Hui, da bin ich gerade nicht so richtig. Ah. Oh, ich sehe... Rückzug, 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 rückzug. Nuketown, Nuketown, Nuketown. Rückzug, rückzug. Ich verfolge auch manchmal... Oh, verschiedene Livestreams. Jetzt gibt es ja bei Black Ops so einen krassen Livestream. Habe ich da am Anfang ein bisschen verfolgt. Der Race to Prestige Master. Das ist praktisch so, keine Ahnung, wie alle Waffen hier auf Level 5. Kann man nicht so vergleichen, weil es viel heftiger ist. Und da geht es natürlich darum. Wer macht das weltweit als Erster? Da gibt es Leute, die wechseln sich mit dem Account ab und streamen. Das 24 Stunden am Tag. Drei, vier Leute, die einen Account spielen. Dann schläft der mal ein paar Stunden. Dann spielt der wieder... Nein, mein erster Tod! Ach Gott, das war gerade so... Ich war sogar gerade so in Fahrt. Und dann sowas. Ha, 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 ha. Und es ist ziemlich krass. Also ich muss sagen, ja, eigentlich ist ja der Weg das Ziel. Also, wenn man dann Prestige Master überall hat, bringt ja auch nicht wirklich was. Dann würde man sagen, oh, das Spiel ist langweilig und so. Aber klar, es ist sicher. Zwar kann man sagen, die haben kein Leben. Aber es ist doch in Gamer-Kreisen, kann man schon sagen, keine schlechte Leistung. Gut, wenn sich die abgewechselt haben, ist es, finde ich, ein bisschen billig. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt laut AGBs von dem Spiel erlaubt ist. Weil in MMORPGs, die ich so spiele, darf man ja pro Account nur ein echter Spieler sein. Also darf man sich nicht irgendwie mit seinen Cousins, Bruder, Freunden oder so abwechseln, weil es eben dann unfair wäre. Ich weiß nicht, wie das bei Spielen wie Call of Duty ist. Jedenfalls, ja, damals, das war ja bei mir auch so, bei verschiedenen MMORPGs. Wollte ich, oh, ich dachte, du gehst zu mir. Ich war sogar in meinem ersten MMORPG EverQuest, war ich erster Paladin Level 50 und dritter Spieler insgesamt auf dem deutschen Server. In NeverQuest 2 war ich unter den drei ersten Schattenrittern, die das Maximallevel erreicht haben. Ich habe es nicht deswegen gemacht, um eben erster zu sein, aber ich war es eben, weil ich eben fleißig gelevelt habe. Und ja, irgendwie war das schon cool. So, jetzt irgendwie sind diese Rekorde schon, da gibt es Leute, die planen das wirklich schon durch. Wo farmt man am besten für die Erweiterung in World of Warcraft, dass ich innerhalb drei Stunden aufs Maximallevel komme. Und wie wechsle ich mich da ab und Mob-Tagging und alles. Ja, das ist schon zu heftig alles für mich. Aber damals war das noch ziemlich, ziemlich cool sowas irgendwie. Aber jetzt eben auch ganz spannend. Der riesige Hype, der schon wieder mal um ein neues Spiel herum gemacht wurde. Und dann, natürlich, wenn das so gehypt wird. Oh, ein Tod nur war das gerade. Ich klicke immer so schnell die Scores weg, aber zum Glück kann man ja auf Pause drücken. 23, 10, 1 war das, glaube ich. Was habe ich noch runtergegangen? Genau eine Map, die Schilling heißt von Paterfix403 und die hat so Epic-mäßig ausgesehen. Also so wie meine Epic-Map. Dachte ich mir, lade ich mal runter, vielleicht ist das ja was Nettes. Schauen wir uns einfach mal an. Genau, ja. Das ist auch, die Entwickler sind ja gar nicht schuld, finde ich. Weil wenn ein neuer Teil rauskommt, was soll es denn für Revolutionen geben? Riesenrevolutionen und sowas. Spieler brauchen das Häppchenweise, finde ich. Wenn ein neuer Teil rauskommt, kann man nicht gleich alles ändern. Aber wenn dann so ein Hype und hier und Medien und da und es steht in der Zeitung und überall die Trailer und das und das, hat man natürlich riesige Erwartungen dann auch ein wenig an das Spiel und die werden dann leider oft nicht getroffen. Bestes Beispiel war ja auch Diablo 3, was ein Top-Game ist, keine Frage. Aber natürlich hat man sich viel mehr erwartet, aber was soll man da noch alles erwarten? Also das sieht schon ein bisschen von Raid aus, muss ich sagen. So wie ich das gemacht habe bei den Spawnplätzen. Irgendjemand lädt schon wieder. Glumanda, was ist da los? Frag mal Professor Eich, wer schon wieder lädt. Jetzt kann ich... Woher kann ich das wissen? Woher soll ich wissen, wer da noch lädt? Jetzt habe ich immer so... Muss klicken und... Das ist... Und alle schreiben schon... Ja, keine Zeit. Wer lädt da noch? Wer lädt denn da noch? Oh, jetzt ist gleich der halbe Raum leer. Das gibt es ja nicht. Also... Oh, wieso habe ich so ein Pech? Und dann gleich ganz am Ende ist es. Mann. Was? Ich habe alle vom anderen Team gekickt? Und wir haben Punkte bekommen? Was war das jetzt gerade? Ich habe echt alle aus dem... Und der Raum ist schon wieder voll. What the hell? Keine Ahnung, was das gerade war. Starten wir einfach nochmal. Das war gerade uncool. Was auch immer das war. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht wird es jetzt wieder so abgehen. Wieso bin ich... Ich glaube, es würde mich ja gar nicht so nerven. Oder mir so nervig vorkommen, wenn ich nicht immer so schnell im Spiel drin wäre. Wer ist das? Wer ist das? Wer lädt schon wieder? Wer lädt schon wieder? Man müsste wirklich sehen. Das finde ich schade. Dass man nicht gleich sieht, wer schon im Raum drin ist. Weil das Blöde ist manchmal, wenn man nicht kickt, ich bin ja nicht so ungeduldig. Ich kann ja auch ein bisschen warten. Aber wenn man nicht kickt, dann kann es sein, dass es ewig dauert. Also wirklich unendlich. Weil einer gar nicht lädt. Keine Ahnung. Sein Computer ist abgestürzt. Oder... Irgendjemand hat den Stecker gezogen oder keine Ahnung was. Dann dauert es einfach nur ewig. Ewig. Es dauert einfach nur ewig. Und dann weiß ich nicht, wen soll ich kicken. Dann schaue ich mir den Namen an. Und jemanden, den ich sehe, der nichts... Der hier schreibt, den kicke ich nicht. Zwerg 7 war es vorher. Ja. Boah. Ja, ja, ja. Ich merke mir einfach die Namen von denen, die schuld dran sind. Zwerg 7 war es vorher. Richtig geraten. Okay. Jetzt bin ich gespannt auf die Map. Die Map namens Schilling. Leute. Dreht nicht durch. Oh. Sehr fein. Sehr groß. Sehr prunkvoll. Boah. Sehr groß sogar. Das wird spannend. Das finde ich cool. Weil die meisten Maps sind ja eher... Die sind ja eher kleiner. Aber hier mal sowas richtig... Oh. Verklickt. Sowas richtig Größeres rauszuhauen. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Oh. 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 Wo ist er hin? Hier ist er hin. Oh. Nein. 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 Ich will wieder rauf. Schieß mich da nicht runter. Mann. Wie fängt denn die Runde schon wieder an? Ich bin immer so irritiert, weil mir immer 5 Leute nachrennen. Ich muss wirklich sagen, es ist zwar nett und so, dass jeder mit mir mitlaufen will, aber es ist sehr nervig. Also, im Sinne von, es lenkt einfach ab und man kann nirgendwo hin und alle... Man wird ja viel leichter entdeckt, wenn 5 Leute da herumstehen. Das finde ich eher uncool. Ja. Und man trifft dann nichts. Dann hampeln alle vor einem herum. Ja. Ich habe kein leichtes Leben in dem Spiel. Muss man schon sagen. Ich stürme jetzt weg. Ich muss vor meinen eigenen Leuten wieder mal flüchten. Oh. So. Jetzt hier runterspringen. Also, die Map finde ich cool. Ich habe einfach nur... Oh. Wir sehen, die Map heißt Schilling. Ich habe sie mir mal runtergeladen. Hey. Cool. Da nennt jemand eine Map Schilling. Vielleicht kann die ja was. Ich meine, sie heißt ja immerhin Schilling. Da muss sie ja was können. Und doch. Ich wurde nicht enttäuscht. Kann sich soweit sehen lassen. Okay. Okay. Das finde ich auch cool hier. Hier geht es nicht weiter. Hier geht es nicht. Oh. Sackgasse. Du Sack. Wir sind in der Gasse. Zum Glück nicht in der Gasse. Aber in der Gasse ist es auch nicht so. Gut. Hier kann man auch... Wo? Wo? Da war jetzt irgendwie jemand. Boah. Vorher waren hier so... Boah. Wo war der jetzt? Vorher waren hier so... Boah. Vorher waren hier so viele Leute, wollte ich sagen. Und jetzt? Ich glaube, die sind alle... Ah. Der gehört nicht zu uns. Das sind diese ganzen grünen Schriften. Ich dachte, der gehört zu uns. Und ich finde ganz ehrlich, ich meine, okay, dann weiß man, in welcher Himmelsrichtung die anderen Leute sind. Aber das sollte sich vielleicht ein bisschen ausblenden oder irgendwie farblich ändern, wenn der zu weit weg ist. Dass das keine Verwirrungen hier irgendwie gibt. Oder so. In etwa. Oder so. Oder irgendwie so. Autsch. Wieso ist die Munition schon leer? Okay. Dann schauen wir mal hier. Der müsste hier noch irgendwo sein. Wo bist du? Bist du allein? Oder zu zweit? Oh. Jawohl. Ach, die können ja alle nicht zu uns. Jetzt auf einmal sind sie alle da. Halla, holla. Und ich verklick mich dann immer so heftig, wenn ich so nervös werde und auszucke. Autsch. Autsch. Oh. Na, da war ein ganz eingefinkelter. Was glaubst denn du eigentlich? Wo ist er? Der glaubt einfach, der kann da oben her. Holla die Waldfee spielen, oder was? Oder was glaubst du? Nein. Wieso lauf ich da rein? Ach, das war mein Selbstmordkommando. Oder auch nicht. So, jetzt schießt denn da mal wer weg. Stirb. Na endlich. Was glaubst du eigentlich? Da hast du 1000 Meter eine Höhe? Kannst du irgendwie für Recht und Ordnung sorgen, oder was? So, erstmal kurz verschnaufen jetzt. Zum Glück hat mir der wieder seinen Kopf vor das Gesicht gehalten, dass ich dem den letzten Schuss nicht mehr geben konnte und er überlebt hat. Und ja, manchmal wünscht man sich vielleicht doch, dass man eigene Mitglieder abknallen kann. Dass sie nicht immer ihren Kopf vor die Linse halten. Oh, aber das ist eine spannende Runde. 23 zu 24. Okay, warte, Schlange an der Kasse. Weg, weg, weg. Oh, bitte. Weg. Weg. So, aber das ist noch keine Space Map, glaube ich. Ich habe noch keine speziellen Bricks oder so gesehen. Das dürfte noch eine etwas ältere Map sein. Da war, 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 war da jemand? War, 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 war da jemand? Oh, da war jemand. Und da ist noch immer jemand, jetzt nicht mehr. Autsch, da hat man sich nach einer Sniper angehört. Wer hat die Sniper da? Jemand von uns oder jemand von den anderen? Oh, keine Ahnung. Hey, wieso schießt du? Wo ist da was los? Hier ist immer was los. Oder auch nicht. Hier kann man also auch einmal Rand in dieser Mauer herumgehen. Erinnert mich so an eine futuristische Mittelalterburg irgendwie. Oh. Klingt komisch, ist aber so. Da, 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 da. Nein, und da hat er mich entdeckt. Oh. Oh. Sicherheitshalber jetzt diesmal doch die Pistole rausgehauen. Denn man weiß ja nie. Sicher ist sicher. Ich kenn mich grad überhaupt nicht aus, wo die anderen spawnen. Die tauchen einfach mal auf und dann sind sie mal wieder weg. Und dann kommen auf einmal wieder drei. Und dann hab ich keine Ahnung. Ich geh jetzt rauf. So. Genieße mal die Aussicht von oben. Oh, da hat mich jemand gesehen. Oh, der wurde weggesnipert. Wie auch immer. Oh, schnell rauf. Uh. Wieso sind die alle tot? Immer bevor ich sie noch sehe. Gut. Also architektonisch wirklich eine Meisterleistung. Kann man nur... Da klettert jemand drauf. Kann man nur sagen. Wirklich fein. Fein gemacht. Wir sind nur zwei Punkte im Vorsprung. Also wir dürfen uns jetzt nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Also irgendwo auf der anderen Seite müsste es, nehme ich mal an, auch so einen Unterschlupf geben. Den suche ich jetzt mal. Dann stürme ich direkt zum Spawn von den anderen. Aha, aha, aha. So mache ich das jetzt. Auf die andere Seite. Aber hier noch checken. Oh, da war irgendwo... Irgendwo... Oh. Kommen da die Gran... Kommen mir da die Granaten genau ins Gesicht. Ha. So. So, jetzt müsste es aber gleich irgendwo sein hier. Geht in Deckung. Geht in Deckung. Oder? Hier. Jawohl. Ich habe es gefunden. Ha. Oh, man. Oh. Jetzt war ich schon am Ziel. Da hätte ich wieder ordentlich Kills abstauben können. Oh, die Runde geht nur noch 1,30. Ui. Okay, jetzt drücke ich nochmal ordentlich auf die Tube. Auf die Tube. Tube, Tube, Tube. Brickshot. Die Tube. Oh, Gleichstand. Jetzt nicht mehr. Hallo. Wer ballert auf mich? Lass mich doch alle in Frieden. Wer ballert auf mich? Von wo? Ich habe... Wo bist du? Da bist du. Der hat so eine gute Tarnung mit dem Dunklen. Oh. Ja. Der hat gerade mit der Granate drei Kills gemacht. Bah. Das ist krass. Das ist echt zu krass. Hier kommt jemand. Hier kommt jemand nicht vorbei an mir. Wo ist er hin? So. Ich habe doch gesagt, du kommst hier nicht vorbei. Und sie führen um vier Kills. Um vier Kills. Kann man sich das überhaupt vorstellen? Vier. Das ist eins, zwei, drei, vier. Jetzt muss ich... Jetzt muss man alles geben. Ha. Nein. Nein, 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 nein. Was war da jetzt schon wieder? Oh. Da hinten. Da hinten war was. Oh. Oh. Die Map gefällt mir wirklich. Die macht es nochmal spannend. Die macht es nochmal spannend. Die macht es nochmal spannend. Nur mal ein Kill im Rückstand. Ein Kill im Rückstand. Leute, gebt alles, bitte. Das müssen wir gewinnen. Nein, es gibt nur noch drei Sekunden. Nein, wir haben noch einen Kill gemacht. Jetzt... Mission erfüllt. Sieg für das blaue Team. Ich gehe nach Hause, wirklich. Nein, das ist... 22,4,6. Was soll das? Na, das... Nein, wir haben noch einen Bernell-Ten. Vielen Dank.